Schalte die drei kleinen Elixiertegel aus. Erstmal die Kiste. So klein sind die gar nicht. So klein sind die Kiste. So klein sind die Kiste und ich habe die Kiste, die Kiste nicht so weit. So klein sind die Kiste, die Kiste zu sein. Und wir werden die Kiste nicht mehr zurückgehen. Ich habe mich nicht mehr als die Welt geholfen. Ich bin mir nicht mehr als die Welt. Ich bin schon wieder zurückgegangen. Ich werde euch mal sagen, Herr Schoen. Ich habe wirklich keine Probleme. Ich habe lange Zeit über die Welt gesucht, aber ich habe die Welt geholfen. Ich habe die Welt geholfen, aber ich habe die Welt geholfen. dann hoffen wir mal dass hier nichts passiert so ok wir sollen wahrscheinlich die kleinen hier ausschalten damit wir dann den großen ausschalten können warte mal habe ich jetzt wieder eingestaltet wer ist das das ist dann schon okay das ist doch passend so ist vorher Ja. Ich habe mich über die Menschen gebetet. Ich werde diese Zwei-Bereich herunternehmen. Zwei-Bereich? Wenn ich die Verlust, die die Zwei-Bereich sind, sind die Zwei-Bereich? Ich habe die Zwei-Bereich, und habe die Zwei-Bereich für die Zwei-Bereich. Das war's, was sie. Der Verkaufel, Hiden, ist nur, dass sie die Reise der Reise durchgeführt haben. Was ist das, was sie? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich bin wunderschön! Ich habe keine Angst zu schützen. Wir sind in der Zeit der Kühne, die der Welt, um die Geschichte zu sehen. Aber noch gibt es noch eine Möglichkeit. Wir werden jetzt wieder zurückkehren. Das war's für heute. ARD Text im Auftrag des WDR Ich kann nicht sagen, dass ich nicht so gut bin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube fast, dass die am Ende einfach nur genauso benutzt wurden, wie sie andere Leute benutzt haben. Äh, was? Warte mal, warte mal, nee, nee. Willst du mir jetzt sagen, die Jungen steckt in diesem Scheiß, nein. Was? 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 Was ist das? Wobei, nee, ich glaube nicht, dass das Tenguin ist. Das sah gerade eben so aus, als ob sie ihr eigenes Genick gebrochen hätte. Aber da ist ja irgendwas rausgeflogen. Ich gehe mal davon aus, irgendwer hat von ihrem Besitzer gerufen. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen, sonst macht das keinen Sinn. Und, was? 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 Redaktion! Was? Oh, der��면? Das ist die Zeit! Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ich bin der Welt in die Welt. Ich bin der Wettbewerb. Das ist, dass ich mit uns mit uns zusammengehalten hatte, was ich als ein Mensch als Region? Ich glaube nicht, dass das Tengyum war. Das macht für mich keinen Sinn. Kann ich mir nicht vorstellen. Da wird es für mich mehr Sinn machen, dass sie von irgendwas besessen worden ist. Oder von dieser Phantast... Phantasia oder wie auch immer sie heißt, dass die da Besitzer greifen hat von ihr. Ich glaube nicht, dass sie das Leben in der Welt verletzten, dass sie in der Welt verletzten. Das heißt, dass die Frau der Ten Hagstuhl, die sich der Legion verletzten, die sich der Legion verletzten? Was ist das? Was heißt das denn jetzt aber für Tinguen? Wenn es das Teil des Döns ist, dann muss ich den Gehenroh sein, dann muss ich den Gehenroh sein. Es ist klar, dass die Gehenroh-Den mit dem Anflug auszuladen können. Wenn ich mich so denke, dann muss ich den Gehenroh-Den sein, dass es das Gehenroh-Den-Ban-Log ist. Ich glaube, dass das Gehenroh-Den-Ban-Log ist. ... Das war's für heute. Das ist die Frage, ja. Ist Tenguen die Einzige oder haben wir noch mehr, die irgendwie verändert wurden? Das ist die Frage, wenn ich mich nicht interessiert habe, wenn ich mich nicht interessiert habe. Über die Schuppenklamm? Was ist eine Schuppenklamm? Was ist eine Schuppenklamm? Wo ist Jingyuan? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Was macht denn der? Vielleicht weiß er mehr als wir und wusste irgendwie schon was von Jingyuan und ist vielleicht auf der Suche schon daher? Möglich? Vielleicht? Er macht manchmal den Eindruck. Aber gut, die Zeit drängt. Also gehen wir. Es ist schon eine Weile her. Ach dann hängen wir da. Stimmt, den Subplot hatten wir auch nach wie vor. Der ist jetzt auch in der Alchemie Kommission angekommen. Ich habe versucht, dass die Schuppenklamm hierher kommen. Ich habe es geschafft, dass es die Schuppenklamm zu lösen. Ich habe es geschafft, dass die Schuppenklamm hierher kommen. Ich werde wieder zurückkommen. Ja, ich habe mir kein Gehäuser. Ich hätte mich nicht verraten, das ich mir immer noch zu machen. Ich hätte mich nicht verraten, was ich es sicher, als ich mich für die Anzeigen. Ich habe etwas von mir gesagt, dass ich mich um Ruhige haben. Ja, ich habe versucht, dass ich ihn nicht wahrgenommen habe. Ich wollte mich nicht über den Eingriffen und nicht überlegen, aber ich konnte nie wissen, dass ich mich nicht überlegen. Er sagte so, wie sie es gesagt hat. Das ist, dass ich mich nur auf den Weg bin, und ich bin ein Geist, wenn ich mich nicht verletze, kann ich es sein. Was ist das? Was ist das? Das heißt, dass ich an die Frau anrufe 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 anrufe. Ja? Ja, dann muss ich anrufe 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 anrufe. Oh, wir kriegen eine Nachricht von uns. Oh, wir kriegen das ganz schön große Schmilztügel. Warum schreiben wir jetzt so etwas Unwichtiges, statt über die ganzen anderen Sachen aufzuklären? Goldenen Elixierraum? Ach, ein schönes Foto haben wir auch noch dabei. Warum seid ihr aber im goldenen Elixierraum? Nachricht konnte nicht gesendet werden. Ich weiß nicht, dass die Leute nicht so schnell sind. Ich weiß nicht, was sie haben. Unki-Gun hat sich um die Beziehung zu einem Beziehung. Aber was das Grund für mich, die Kafka-Aufkana-Aufkana-Aufkana-Aufkana-Aufkana-Aufkana-Aufkana-Aufkana-Aufkana? Sie sind so, wie die Leute jetzt sind. Ich habe mich nicht zu viel Zeit. Ich habe die Informationen. Und die gilt es zu beschaffen. Wo müssen wir erzählen? Ah, die Karte kann ich wieder nicht verwenden, okay. Aber wir kommen uns selber näher, sagen wir es mal so. Wir sind uns selbst auf den Spielen. Okay, ich kann nicht mehr sprinten. Na nun. Ein Echo der Vergangenheit. Wir erfahren wahrscheinlich auch ein bisschen mehr von Dung-Helden. Von seiner mysteriösen Vergangenheit. Auf die er schon mehr oder weniger am Anfang des Spiels hingewiesen wurde. Geister der Vergangenheit. Ich glaube, es ist ein Wun-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin. Nichts mehr mit mir zu tun? Ich bin mir da nicht so sicher. Achso, das hatten wir eben. Ich glaube schon, dass die noch was mit dir zu tun haben. Ich glaube, es ist ein Wun-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, das stimmt. Oh, noch siehst du ganz schlau draus. Aber wir wissen jetzt zumindest, dass er schon mal von hier verbannt wurde. Das heißt, er hat seine Wurzeln hier. Und scheinbar war er auch sehr wichtig. Danke, Herr. Weiter vorne, du meinst direkt neben dir. Untertitelung des ZDF, 2020